Dieser gebrauchte Mercedes-Benz E 220 steht hier zum Verkauf. Fünf Personen haben in dem schwarzen Viertürer Platz. Der Kilometerstand des Fahrzeugs liegt bei unter 139.000 Kilometern. Die Erstanmeldung war Mitte 2006. Die Limousine bietet zahlreiche Ausstattungsdetails wie Sitzheizung, Kurvenlicht, Panoramadach, Alufelgen, Navigationssystem und noch vieles mehr. Unter der Haube gibt der Diesel eine Leistung von 170 PS an ein Automatikgetriebe ab. Der angegebene Verbrauch liegt bei 6,7 Litern pro 100 Kilometer. Kontaktieren Sie uns. Wir beantworten gern Ihre Fragen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017